hi leute und herzlich willkommen zu unserem interaktiven creepy adventure wonderland wie schon angekündigt ist es eine kooperation mit meinem kollegen tyrian hier und deswegen werden wir auch heute gemeinsam die einleitung für euch sprechen wie schon in den früheren adventuren wird es auch hier klare regeln geben nach welchen ihr spielen solltet selbstverständlich können wir euch nicht kontrollieren aber es wird der sache etwas die würze nehmen wenn ihr gegen die regeln spielt nun tyrian möchtest du nicht die erste regel erklären ja klar regel eins hierbei handelt es sich um ein interaktives video bei welchem du selbst entscheidungen triffst und die story so beeinflusst dass du dein eigenes ende findest hierbei solltest du jedoch darauf achten dass es sehr viele falsche entscheidungen gibt welche dann mit entsprechenden konsequenzen geahndet werden regel zwei oder er ein hinweis für unsere lieben smartphone teilnehmer haben wir sämtliche links in die video beschreibung gepackt nicht mehr als anmerkung in das video regel drei das zurückspringen also das zurücksetzen auf das vorhergehende video gilt als schummeln regel vier es gibt mehrere enden und irgendwo auch eine überraschung haltet also stets die augen nach besonderheiten offen und spielt nach den regeln so das war es bis hierhin mit den regeln damit wünschen wir euch allen viel erfolg und eine creepy zeit in dem interaktiven adventure wonderland zum starten klickt einfach auf die verlinkung hier in der beschreibung oder direkt auf das hochgeladene video viel spaß